Die waren alles bildhübsche Weibermanners. Nachdem sie also rausgeputert worden sind, ja, toll, muss man wirklich sagen. Die ganz hübschen, ganz jungen, kamen in SS-Bordelle, für die SS. Die zweitschönen kamen in Militär-Bordelle, das weiß ich auch von den Prostituierten, die mir das dann gesagt haben. Und die schlechtesten kamen in Häftlings-Bordelle, hauptsächlich nach Mauthausen. Die können uns nicht leidgetan haben, die, sogar, wenn wir hätten können, die, ich wäre gerne an ihrem Platz gewesen, an ihrem Platz gewesen, nicht? Aber die waren doch viel, viel besser dran wie wir. Ja, natürlich. Zurückgekommen sind sie als Ruinen. Sie haben, ich weiß nicht, wie viele Männer im Tag empfangen müssen und also am laufenden Band sozusagen, so hatten sie das dann erzählt. Und das hat sie natürlich vollkommen ruiniert. Ja, wirklich, diese Frauen. Das ist richtig. Mauthausen. Noch heute steht hier die Baracke des ersten KZ-Bordells. Überreste einer vergessenen Geschichte. 33.000 deutsche Frauen wurden von den Nationalsozialisten zur Prostitution gezwungen. Sie waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und Gefangene des Nazistaates, ausgesucht im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Eine der wenigen überlebenden Zwangsprostituierten ist Anni Kramer. Die 82-Jährige lebt heute in Hessen. Sie möchte unerkannt bleiben. Ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen, weil ich mich geschämt habe. Alle haben sich geschämt. Das spielt eine große Rolle. Für meine Generation muss es auch nicht besprochen werden, aber die Jugend soll Bescheid wissen, was gewesen ist. Vielleicht hilft es Ihnen weiter, was ich Ihnen gesagt habe. Und Sie können etwas damit anfangen. Aber für mich, das muss jetzt ruhen. Gerda Brendel ist heute 76 Jahre alt und lebt in einer kleinen Sozialwohnung in Hamburg. Lange hat sie über ihre Vergangenheit geschwiegen. Niemand hat ihre Geschichte gekannt. Niemand wollte sie kennen. Kaum eine der überlebenden Frauen hat geheiratet. Auch Gerda Brendel lebt bis heute allein. Sie ist die erste, die mit ihrem Schicksal als Zwangsprostituierte an die Öffentlichkeit geht. Also, woher ich die Kraft nehme? Ich habe etwas in mir, was ich wehre. Ich muss mich wehren. Weil ich weiß, heute kann ich mich wehren. Damals musste ich den Mund halten. Musste ich stillschweigen. Heute sage ich mir, brauche ich das nicht. Ich kann den Mund abmachen und kann mich verteidigen. Ihr erstes Interview gab sie 1991 im japanischen Fernsehen. Das Schicksal von Zwangsprostituierten ist in Japan inzwischen zu einem Politikum geworden, während hierzulande das Thema nicht zur Kenntnis genommen wird. Ich finde auch interessant oder neugierig, vor allem in Deutschland sie noch nicht interviewt wurde oder in Deutschland kein Interesse geweckt hat. Seit 1991 ist das Thema Zwangsprostituierung in Japan sehr ein heißes Thema gewesen. Und damals wussten wir nicht, dass sowas in Deutschland gab. Und wir haben immer gedacht, dass solches System nur in Japan oder nur in Asien gab und nicht in Deutschland. 200.000 Koreanerinnen wurden im Zweiten Weltkrieg von der japanischen Armee in Militärbordelle verschleppt. Jahrzehntelang haben die Frauen geschwiegen, aus Scham, von der Gesellschaft ausgegrenzt. Seit drei Jahren demonstrieren sie jeden Mittwoch vor der japanischen Botschaft in Korea. Deutschland 1933. Ein neues Frauenideal wird geschaffen. Die blonde arische Frau findet ihre Erfüllung als fürsorgliche Mutter und treue Ehegattin. Eine Familienidylle ohne Schattenseiten. Na Kinder, habt ihr euch ordentlich ausgetobt? Die Kindheit von Gerda Brendel verläuft ganz anders. In sozialer Armut wächst sie mit fünf Geschwistern in Hamburg auf. Der Vater ist Alkoholiker und vertrinkt das wenige Geld. Die Mutter steht mit den Kindern alleine da, bis ihr die Behörden das Sorgerecht entziehen. Die Familie wird zerrissen. Gerda ist erst neun Jahre alt, als sie in ein Kinderheim wie dieses kommt. Für viele Jahre ist sie in solchen staatlichen Fürsorgeanstalten eingesperrt. Mitte der 30er Jahre werden das Mädchen Gerda und ihre beiden Schwestern zwangssterilisiert. Zu Männern hat die Heranwachsende keinen Kontakt. Ich war doch nur eingesperrt. Woher sollte ich jemanden kennenlernen? Das gab's gar nicht. Es war unmöglich. Wir durften ja noch nicht mal die Männer angucken. Was sollte ich für einen Begriff haben? Meine Eltern haben mich nicht aufgeklärt. Meine Mutter schon gar nicht. Und mein Vater war ja nie da. Immer mehr Frauen fallen durch das engmaschige Netz des arischen Mutterwahns. Die NS-Kategorie asozial wird beliebig verwendet. Nachtschwärmerinnen, Prostituierte und Individualistinnen, sie alle werden weggesperrt, gekennzeichnet mit dem schwarzen Winkel. Juni 1941. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler besucht das KZ Mauthausen. Für den totalen Krieg müssen alle Arbeitskräfte mobilisiert werden. Himmler befiehlt die Einführung eines dreistufigen Prämiensystems. Die dritte Stufe muss in jedem Lager die Möglichkeit sein, dass der Mann ein- oder zweimal in der Woche das Lagerbordell besucht. Dieser ganze letzte Komplex ist nicht übertrieben schön, aber er ist natürlich. Und wenn ich diese Natürlichkeit als Antriebsmittel für höhere Leistungen habe, so finde ich, dass wir verpflichtet sind, diesen Ansporn auszunützen. Heil Hitler! Auch für die SS-Schergen in den KZ-nahen Siedlungen und für die Fremdarbeiter werden Bordelle eingerichtet. In der hermetisch abgeriegelten Männerwelt breitet sich die von den Nazis verpönte Homosexualität immer mehr aus. Die gleichgeschlechtliche Neigung von Aufsehern und Gefangenen ist unter den Häftlingen ein offenes Geheimnis. Die Lagerschutz, die haben meistens, waren zu zwei gewesen. Wie werden wir das nennen? Das sind die Arschiger. Aber wir wissen auch, was es ist. Da war immer einer, da war der Mann, da war der Frau. Die sind meistens zu zwei gewesen. Um Himmlers Bordellpläne zu verwirklichen, werden Prostituierte gebraucht. Bestens geeignet scheinen die von den Nazis verfolgten und eingesperrten gewerblichen Prostituierten. Doch der Bedarf ist enorm. Die Auswahl betrifft nun alle weiblichen Häftlinge der NS-Kategorie asozial. Eine von ihnen ist Anni Kramer aus Danzig. Auch sie kommt aus einer kinderreichen Arbeiterfamilie. Bei Kriegsbeginn sabotiert sie die Arbeit in einer Munitionsfabrik und wird verhaftet. Ich habe mich immer als Arbeiterkind gefühlt. Aber da wollte ich nicht mitmachen. Da haben sie mich weggesteckt. Man hat mir gesagt, ich wäre asozial. Mit 23 bin ich in Gefangenschaft gekommen. Und so bin ich in Ravensbrück gelandet und von dort ging es nach Rauthausen. Was dann dort war, können Sie sich ja vorstellen. In den Puff, um die Männer zu bedienen. Mit 22 Jahren wird Gerda Brendel als Zwangssterilisierte in das Bordell nach Buchenwald gebracht. Bei ihrer Ankunft ist sie noch Jungfrau. Also klar geworden ist mir überhaupt nichts. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, mir war, das habe ich damals auch gesagt, ich war so schockiert, weil ich keine Ahnung hatte, wie das alles ablief, bis mich die Frauen darauf aufmerksam gemacht haben, was da vor sich geht. Sonst hätte ich es gar nicht gewusst. Aber direkt begriffen habe ich erst, wie ich die Prügel bezogen habe, weil ich mich so dumm angestellt habe. Im Frauenkz Ravensbrück werden die ausgewählten Häftlinge einer erniedrigenden Prozedur unterzogen. Die Nazis haben Angst vor Geschlechtskrankheiten. Man brachte die Jüngeren, die ansinnig waren, in das Revier. Man machte ihnen Blutproben wegen Louis. Man machte Abstriche wegen Tripper. Und wenn sie gesund waren, dann kamen sie ins Revier, in einen Sonderraum, bekamen besser zu essen. Sie waren ja alle genauso ausgemergelt wie wir. Sie bekamen nicht nur besser zu essen, sie wurden mit der Höhenzone bestrahlt. Und wenn sie dann besser ausgesehen haben, das habe ich alles gesehen, das weiß ich, sind sie in den Operationssaal gerufen worden. Was dort passiert, habe ich wohl nicht gesehen. Aber ich habe gewusst, dass etliche SS-Männer reingegangen sind. Und eine Prostituierte kam heraus. Und ich habe zu ihr gesagt, ich durfte ja nicht rein. Ich habe zu ihr gesagt, was geschah dort? Und sie hat gesagt, sie haben uns ausprobiert. Wenn wir ins Lager gekommen sind, mussten wir uns ausziehen und alles hergeben. Und dann waren wir keine Frauen und Menschen. Dann waren wir Nummern. Und aus diesen Effekten haben sie eben die schönen Sachen, es waren schöne und weniger schöne und Fetzen und so, wie halt die Frauen gekommen sind. Und aus diesen Effekten haben sie ausgesucht, also schöne Unterwäsche, schöne Kleider und Pelze und Schuhe und alles. Und da, wie man so sagt, Wäsche aus Frankreich und ein Kleid aus Brüssel und weiß ich. Also aus aller Länder zusammengesammelte Effekten. Und die hat man ihnen dann angezogen, damit sie also schön ausschauen. Die Rassengesetze der Nazis gelten selbst für die KZ-Bordelle. Nur deutsche, nicht jüdische Frauen sollen als Liebesdienerinnen in Frage kommen. Doch tatsächlich hält man sich nicht daran. Die Deutschen fragten die Frauen, ob es Freiwillige gab, die gehen wollten. Gehen, das bedeutete in diesem Fall, um genau zu sein, sich den Nazi-Männern hinzugeben. Sie fragten die Frauen, ob sie ins Bordell gehen wollten und durch ein Missverständnis verstanden sie, ob sie nach Bordeaux wollten. Bordeaux, das ist eine Stadt in Frankreich, also sagten sie ja. Die Deutschen fanden das natürlich ein bisschen komisch und wiederholten die Frage. Da meldete sich keine einzige mehr. Da haben sie sich einfach eine Gruppe von Frauen herausgegriffen, und zwar die Hübschesten, um sie als Prostituierte zu benutzen. Aber keine einzige von ihnen hatte sich freiwillig gemeldet. Sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe gehört, ich kann mich auch für ein Bordell melden. Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, wie alt bist du? Und sie hat gesagt, na 19, ich bin aus Bayern, und meine Mutter hat eine Bauernwirtschaft und ist allein, und wenn ich nach sechs Monaten frei bin, kann ich ihr helfen. Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, ich werde dich enttäuschen, wir nehmen keine Rotwinkelchen, mir hat das Mädchen leid getan. Und in den Augenblick kommt der Oberschwester Marschall herein, das war die Oberschwester von der SS, also über die ganzen Schwestern, sie wurde ja zu Tode verteilt, und sagt, was ist da los? Und das Mädchen sagt in ihrer Unschuld, ich wollte mich für ein Bordell melden, aber die Frau da sagt, die Rotwinkelchen werden ich genommen. Und sie hat mich angeschaut, voll Zorn, hat das Mädchen gepackt, und hat gesagt, freilich werden sie genommen. Ich bin aus Ravensbrück nach Mauthausen gekommen und habe überhaupt nicht gewusst, was mich erwartet und wo ich hinkomme. Was hätte ich denn tun sollen, wenn ich mich geweigert hätte, die Gaskammer oder der Steinbruch hätte gedroht? Ich hatte keine Wahl. Oft werden ganze Familien in verschiedenen Konzentrationslagern eingesperrt. Die Angst um die Verwandten ist groß. Ich hatte meinen Vater in Buchenwald. Da habe ich mir gesagt, der wird doch nicht so was machen. Und als wir uns dann nach 45 wiedergesehen haben, hat mein Vater gesagt, als die ersten Frauen bei uns ankamen, da habe ich einen solchen Schock gekriegt. Da habe ich gedacht, wenn man die Frauen dazu zwingt, wenn die jetzt deine Tochter nehmen. Hm? Am 2. Juli 1943 werden 16 weibliche Häftlinge aus dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück nach Buchenwald überstellt. Wir haben unser Zimmer sauber gehalten und dann haben wir uns im Tagesraum aufgehalten und dann haben wir auf Kundschaft gewartet. Das war alles. Dann mussten wir warten. Gemeldet haben sich immer welche, Tag oder Nacht. War immer Betrieb. Unter die Männern wurde darüber gesprochen und ich habe es auch oft gesehen, dass Männer auf dem Erdpass gestanden haben und da wurde plötzlich gerufen, Puffzettel holen. Da habe ich mich erwundert, was bedeutet ein Puffzettel. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ein Puffzettel war und das war für das Bordell, ja. Der Häftling hat sich bemüht vorher, die ein bisschen schön anzuziehen mit die paar Haaren, die er hatte, noch ein bisschen mit Fett einzuschmieren, sodass es scheint, als ob er noch etwas bedeutete. Ich bin reingegangen und da hat er auch gedacht, wofür er bezahlt hat und was früher erwartet wurde. Und wenn er zu lange dauert, hat er erst mal wieder auf die Tür gelohnt. Mach fertig, komm raus. Da wurde überhaupt nicht gesprochen. Überhaupt nicht. Mit ihm, man war noch nicht mal in der Lage, übers Wetter zu reden. Die Möglichkeit besteht gar nicht. Nein, nein, nein. Das war so trist und so absurd. Es war katastrophal. Man kam sich vor wie eine Maschine. Wir alle haben in einem Gemeinschaftssaal geschlafen. Und da gab es einen Aufenthaltsraum und da haben wir auf die Männer gewartet. Es gab nummerierte Einzelzimmer fürs Geschäft. Die Männer wurden vor jedem Besuch gespritzt wegen der Infektion. Täglich kamen 10 bis 20 Männer. Wir waren in den kleinen Zimmern und die SS hat uns durch die Guckschlitze kontrolliert. Es waren nur 15 Minuten erlaubt. Die Männer mussten zahlen. Aber Geld habe ich nie bekommen. Nein. Der Nazi-Staat als Zuhälter. Akribisch genau wird über Jahre täglich buchgeführt. Name der Frau, Anzahl der Freier und Gesamteinnahmen werden aufgelistet. Ein Besuch kostet 2 Mark. 1,80 Mark geht an die SS-Standortkasse. 20 Pfennig pro Besucher an die Prostituierte. Haben Sie Geld bekommen für Ihre Tätigkeit? Das wäre aber der Weg eine vermögende Frau geworden. Nee, weil es gab wohl 10 Pfennige oder so. Ach was, gar nichts. Im Gegenteil. Anders als im streng kontrollierten Häftlingsbordell ist Gerda Brendel im SS-Puff der Willkür und den sexuellen Perversionen der SS-Männer schutzlos ausgeliefert. Die arische Rassenideologie klassifiziert sie als Untermensch. Ihr Leben und Empfinden gilt als wertlos. Da habe ich gedacht, ich werde nicht mehr. Da habe ich gedacht, das gibt kein Herrgott, der sowas zulässt. Weil das ja alles waren ja Deutsche genauso wie ich. Die waren ja so unmöglich veranlagt. Das kann man gar keinem erzählen. Da muss man sich schämen, dass man dafür ausgenutzt wurde. Da muss man sich heute noch für schämen. Und das ist ein Punkt, da komme ich einfach nicht mehr zurecht. Ich begreife das nicht. Ich begreife das nicht. Warum? Warum? Wir haben untereinander auch Abstand genommen. Wir hatten doch Angst, dass wir verraten werden. Wir haben nie gesprochen. Was gewesen ist, wir haben wohl gewusst und gesehen, wenn jemand so geweint hat. Das haben wir gesehen, aber gebracht hat niemand. Vertrauen, das war nicht drin. Während die Frauen hinter die Mauern des sogenannten Sonderbaus verbannt sind, blüht draußen im Lager die Männerfantasie. Wir waren dann hier am Appellplatz. Stundenlang haben wir hier gestanden, morgens oder abends, je nachdem. Und haben da oben diese Weiber gesehen, die mehr oder weniger nackt waren und haben sich gesandt. Und wir haben natürlich hier gestanden. Das war für uns so ein Zeitvertreib für die da. Das stimmt schon. Man hat ja nicht immer können heilen oder irgendwie. Wir haben Witze gekloppt, natürlich auch. Auch für die Männer gelten entwürdigende Prozeduren. Der Blockälteste kontrolliert die Bordellbesuche genauestens anhand von Strichlisten. Als Strafe für schlechtes Benehmen werden sogar Bordellsperren verhängt. Ich bin den Männern nicht böse, dass sie ins Bordell gegangen sind. Mit einem Mann habe ich sogar so etwas wie eine Freundschaft gehabt. Er kam auch aus Danzig. Ich habe ihn davor nicht gekannt. Auch ein kleiner Pole war ein Freund von mir. Seine Frau hat ihm extra fürs Bordell 50 Pfennig geschickt. Bis nach Polen hin wusste man also davon. Aber es war unmöglich, mit dieser Frau zu sprechen. Ja, das Bordell war nicht für uns, war für die Kapos und die Lagerschutz. Die meisten haben mich dann, also nicht alle angebaggert, wie man sagt, 16, aber 6 oder 7 bestimmt nicht angebaggert. Ich war ja nicht öfter da. Ich habe ja nur selber nicht gestanden, so wie Kontrolleur gewesen waren. Immer ein Lagerschutz musste da sein, weil es könnte ja mal was passieren oder so. In den meisten KZs hat die SS skrupellose kriminelle Gefangene an die Spitze der Lagerhierarchie gesetzt. Doch in Buchenwald haben KPD-Aktivisten als Kapos und Lagerschutz an dem Fluss gewonnen. Sehr hübsch waren die eine Zigarnerin. Und die beiden, die habe ich besonders gewöhnt, haben es toll aus, zwei Hamburgerinnen, nicht? Hübsche waren das. Blond, Brieb. Du pflegst dann auch, kannst du nicht, brauchst ja nichts zu tun. Aber nichts, gar nichts, weißt du? Die konnten sich pflegen. Bist du da nicht auch mal in Versuchung gekommen? Nein. Nein, nein, also Versuchung ist schon zweifellos da, wenn du nicht von vornherein eine klare Haltung hast, ne? Keine Frage, die waren ja nicht irgendwie ex-beliebig was, ne? Und Zellerfurno, naja, kann man sich vorstellen, ne? 19. April 1945, Buchenwald eine Woche nach der Befreiung. Von jetzt an sind die kommunistischen KZ-Häftlinge im antifaschistischen Geschichtsbild der DDR nur noch Opfer, keinesfalls Täter. Die Existenz des Buchenwalder Lagerbordells wird verdrängt. Die Legende will, dass die Kommunisten sich nicht die Finger schmutzig gemacht haben. Doch die Wende öffnet die Giftschränke der DDR-Parteiarchive. Zutage kommen bislang unbekannte Dokumente. Die Verhörprotokolle der KPD aus dem Jahre 1946 beweisen, dass die Genossen den Puff besuchten. Ich muss gestehen, dass ich selbst zu den Bordellgängern gehörte. Das war eine Schwäche von mir. Als Lagerältester sollte ich hingehen. Ich gestehe, dass ich da auch mit Mädels verkehrt habe. Mir persönlich kam es weniger auf Torten und andere Dinge an, welche ins Bordell geschafft wurden, als dass bei den Orgien, welche dort gefeiert wurden, keine politischen Dinge ausgeplaudert wurden. Der prominenteste Fall ist das KPD-Mitglied Ernst Busse. Er hat enge Beziehungen mit den Frauen. Als roter Kapo im Krankenbau wohnt er sogar mit einer Prostituierten zusammen. Nach dem Krieg wird dem damaligen Innenminister von Thüringen seine Vergangenheit zum Verhängnis. Er fällt einer Säuberungsaktion zum Opfer. Die Vorwürfe führen zur tödlichen Deportation in den Gulag. Einem politischen Genossen musste es klar sein, dass so ein Bordell zu bestimmten Zwecken eingerichtet wurde, nämlich zur Bespitzelung. Die Beobachtungslöcher wurden von der SS kontrolliert. Der zweite Grund war, dass hierfür Frauenhäftlinge aus dem KZ Ravensbrück geholt wurden, denen man nicht gesagt hatte, wozu. Darunter befanden sich Mädchen, die sich nie dazu verwenden ließen. Ja, nachdem sie ihre Zeit dort abgebüßt hatten, kamen sie wieder nach Ravensbrück und es dauerte aber gar nicht allzu lange, wurden sie entlassen. Eins ist mir noch ganz genau in Erinnerung, dass sich auch Seren Zieger furchtbar aufgeregt hat, dass sie von dem, weshalb sie verhaftet wurden, nämlich von der Prostitution, nicht abgelassen haben. Im Grunde genommen habe ich ihr eigentlich so ein bisschen Recht gegeben. Der schwarze Winkel muss schon zu Recht gewesen sein. Sogar bei ehemaligen weiblichen Mithäftlingen prägen gesellschaftliche Vorurteile das Bild der Zwangsprostituierten. Von allen Seiten wird den Frauen unterstellt, sie seien selber schuld an ihrem Schicksal gewesen. Der Beginn des großen Schweigens. Gerda Brendel wird nach zweijährigem Martyrium aus Buchenwald entlassen. Als Folge der sexuellen Misshandlungen muss ihre rechte Brust amputiert werden. Ich habe mich gefühlt, dass wir ihn sagen, direkt gestraft. Gar nicht als Frau. Gar nicht als Frau. Gar nicht. Dann sind das wieder Dinge, die macht man mit den Außenstehenden nicht besprechen. Da sage ich mir, wenn man denen das erzählt, die sagen glattweg, man lügt. Oder man wird das Lügen bezichtigt. Und das kann ich auf den Tod nicht ab. Das kann ich nicht ab. Ich habe darüber nie gesprochen. Es wissen nur Teile meiner Familie, was geschehen ist. Meine Mutter zum Beispiel habe ich nie gesagt, was gewesen ist. Auch meine Kinder wissen nichts. Es sind meine Stiefkinder. Eigene Kinder konnte ich danach nie wieder bekommen. Doch auch die meisten Gedenkstätten wollen von diesem Teil der KZ-Geschichte nichts wissen. In Buchenwald sind bis heute keine Hinweise auf die Spuren des einstigen Häftlingsbordells zu finden. Zum 50. Jahrestag der Befreiung wurden alle ehemaligen Häftlinge eingeladen. Gerda Brendel wurde vergessen. Nur dem Mut weniger Frauen ist es zu verdanken, dass jetzt erstmals das Schicksal der Zwangsprostituierten einer breiten Öffentlichkeit bekannt wird. Vorurteile, Desinteresse und politischer Dogmatismus haben bisher verhindert, dass sie als Opfer des deutschen Faschismus Erwähnung fanden. Ihre gleichaltrigen koreanischen Leidensgenossinnen sind heute einen Schritt weiter. Erst die öffentliche Diskussion ermöglichte, dass sie ihre Vergangenheit offenbarten. Sie fordern finanzielle Entschädigung, offizielle Entschuldigung und Erwähnung in den japanischen Schulbüchern für das, was ihnen als blutjunge Mädchen vor der japanischen Armee angetan wurde. 1991 verklagten fünf ehemalige Zwangsprostituierte den japanischen Staat auf jeweils 250.000 Mark Entschädigung. Sie lösten eine weltweite Solidaritätsaktion aus. In Berlin gibt es inzwischen eine japanisch-koreanische Fraueninitiative. Wir müssen unbedingt diesen Frauen helfen. Die sind ja schon mittlerweile über 70 und viele sind ja gestorben und sie sind meistens auch sehr krank. Und die haben auch keine Familie und die sind auch nicht verheiratet. Auch Schamgefühl, auch die sind auch von der Familie auch nicht mal so abgenommen worden oder sind die überhaupt nicht in die Familie zurückgekehrt. Gerda Brendel hat nie wieder einen Mann angefasst. Von staatlicher Seite wurde sie lediglich für die Zwangssterilisation entschädigt. 5000 Mark habe ich gekriegt. Das ist ein Trinkgeld für das, was sie mir gestohlen haben an meine Jugend, überhaupt an mein Leben. Maar hier ist, was sie mir gestohlen. Was ist die Zwangssterilisation? Überstciuend